MultiProFX Teil 1 Wie starte ich MultiProFX und wie richte ich mir es richtig ein? Wir gehen, nachdem wir die FutureStation oder die WHS FutureStation Nano gestartet haben, haben wir hier eine leere Seite. Wir gehen als erstes hier auf den Seitenmanager, auf WHS Store, auf Thorsten Helwig und dann finden wir hier unser MultiProFX. MultiProFX++, wenn man sein Konto commission-based eingestellt hat, MultiProFX, wenn man es brettbasiert handelt. Wir in unserem Fall halten Handeln commission-based, also MultiProFX++. Dann dauert es einen kleinen Augenblick, bis alle Fenster geladen sind. Jetzt kommt es darauf an, wie ist meine Technik ausgerüstet. Wie viele Bildschirme habe ich, mit wie vielen Währungspaaren möchte ich handeln. Wir in unserem Fall haben alle Währungspaare auf dem Schirm und dazu lagern wir alle Bildschirme einzeln aus, so dass wir sie auf jeden Schirm verschieben können. Jetzt sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Währungspaare, wie sie fertig hier liegen. Und wir haben sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Währungspaare insgesamt, die wir hier an der Seite finden, wenn wir auf den Pfeil gehen. Nehmen wir unseren Euro-US-Dollar, wenn wir diesen auslagern wollen, auf einen zweiten Schirm, stimmt nicht, Euro-Australischer-Dollar, wenn wir den auslagern wollen, gehen wir hier auf dieses Feldchart einbetten oder auslagern. In dem Moment, wo wir da drauf gehen, können wir dieses Feld jetzt hinschieben, wo wir wollen. Dieses wiederholen wir mit allen anderen Feldern. Wenn wir alle Chartfenster ausgelagert haben von jedem einzelnen Währungspaar und die alle sauber nebeneinander gelegt haben, sollte unser Chartbild erst einmal so aussehen. Jetzt begeben wir uns bei jedem einzelnen hier oben in den Trade Guard und stellen ihn auf Trade Guard und Auto Order. Dieses sollten wir nur bei den Währungspaaren machen, die wir auch handeln wollen. Um die Einstellung vorzunehmen, wie wir das Währungspaar auch haben möchten, sollten wir es uns einmal hier groß machen. Wir nehmen in dem Fall mal unseren Euro-US-Dollar, das ist der, den wir hauptsächlich handeln. Wir ziehen uns hier einen Bereich raus, damit wir auch ein relativ großes Bild haben. Da die Bilder recht klein sind, sollten wir so weit rauszoomen, wie es auch reinzoomen, so weit wie es auch nur geht, um es vernünftig zu sehen. Hier an der Seite in der Leiste stellen wir das auf Ticks und hier stellen wir unser Order-Volumen ein auf 1, 2 oder 3. Nochmal, bitte startet mit kleinen Order-Volumen mit 1 oder mit 2, das langt. Wenn ihr diese Einstellung jetzt alle vorgenommen habt und das alles fertig ist, dann geht ihr hier oben auf diese Diskette und sagt Speichern. Einfach nur draufklicken, Speichern und schon ist die geänderte Analyse fertig für den nächsten Start gespeichert. Nun wollen wir zu dem Multipro FX unser CFD Pro Euro parallel manuell handeln. Das heißt, dazu müssen wir alle einzelnen CFD Pro Fenster zusätzlich öffnen. Dazu wechseln wir als erstes wieder in unser Hauptfenster von der WH Future Station Nano, welches hier inzwischen leer ist, weil alle 6 Fenster hier haben wir ja ausgelagert. In diesem leeren Fenster, in unserem Hauptfenster, daran zu erkennen, dass hier oben drin steht, WHS Future Station Nano Multipro FX, das ist genau die Studie, die wir jetzt aufgemacht haben. Dann gehen wir jetzt auf Chart öffnen, diesen großen Button, Chart öffnen, WHS Spot Forex, Euro, US-Dollar und dort nehmen wir uns genau diese 4 Fenster, die wir für CFD Pro Euro auch benötigen. Und wir starten mit CFD Pro Euro unter Strich 1 Minute. Und schon haben wir den 1 Minuten Chart, den wir uns genau auf die Größe bringen, so wie er auch sein soll, sodass er ungefähr 2 Drittel bis 3 Viertel des Hauptschirms einnimmt. Dann gehen wir wieder auf Chart öffnen, WHS Spot Forex, Euro, US-Dollar Spot, CFD Pro Euro unter Strich 5 Minuten. Und schon haben wir alt gewohnt unser Bild im 1 Minuten und im 5 Minuten. Also fehlt uns noch unser Handelschart. Wir gehen dazu auf Chart öffnen, WHS Spot Forex, Euro, US-Dollar und dann haben wir CFD Pro Euro, 1 Minute Handelschart. Da haben wir ihn. Unser Alarm Chart fehlt noch, damit wir die Alarme einstellen können. Chart öffnen, WHS CFD Pro Euro, US-Dollar und eine CFD Pro unter Strich Euro Alarm. Und da ist unser Alarm Chart. Hier wie gewohnt die Alarme einstellen. Ob wir einen Ton haben wollen, Mehl oder ein Fenster aufploppen sollen. Einstellen, klein machen. Jetzt haben wir unseren Euro Pro hier und die anderen sechs Währungspaare auf dem zweiten Schirm. Und wenn das alles fertig ist, dann gehen wir auf Seitenmanager und sagen Seite speichern unter und nennen die dann einfach Multi Pro unter Strich FX unter Strich mit unter Strich Euro Pro. Pro speichern, ja zu allen, fertig. Jetzt habt ihr hier genau Multi Pro FX mit Euro Pro ab dem nächsten Start. Da im Seitenmanager ruft es auf und habt alles genau so fertig, wie ihr es jetzt eingestellt habt. In diesem Sinne, euch viel Glück, viel Spaß und ganz viele Pips mit Multi Pro FX und Euro Pro. Und dann geht's mir wieder auf und geht's mir wieder auf und geht's mir wieder auf.